Wartest du kurz hier? Komm mit. Ach, sehr schön. Ja. Ach, asu. Äh, asu. Komm mit. Ah. Also in dem Seil hat er sich jetzt nicht fest... Ah, ich verstehe. Und dann rumst er durch den Boden durch, richtig? Jupp. Ich bin durch den Boden geklitscht. Ah, okay. Ja, ich weiß, was sie vorhat. Schon gesehen. Ah, okay. Und dafür brauchen wir quasi einen Stüssel. Alles klärchen, mein Bärchen. Können wir so nicht einfach zusammen? Na gut. Dann halt jetzt wieder allein unterwegs sein. Ah, ich muss mich hinter ihr langschleichen. Ich verstehe. Nett, der Kipster schreibt Easy Null Tode. Wunderbar. Wahrscheinlich geschafft, ne? Direkt. First try. First try. First try. Nice. Perfect. First try. Hier. Was ist so rum? Gehen? Mist! Können wir das doch mitnehmen? Okay. Sonst noch irgendwas? Ich sehe auf der linken Seite schlecht, wenn mir da voll das Licht ins Gesicht ballert. Ich glaube, das müsste so gehen. Huch. Das nehmen wir mal mit. Warte mal. Ah, okay. Hätte ja sein können. Dass wir sie jetzt erschrecken können mit diesem komischen Kopf da. Hier. Ähm, hier? Jetzt. Ich mag nicht. Glass? 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 Ah, wir hätten ihn gar nicht töten können. Na gut. Na gut, nach links drücken ist das übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich da manchmal so dran hänge, einfach, weil ich es einfach nicht besser weiß. Irgendjemand spielt Musik, das ist nicht Schmur. Oh Mann, ey. Dann müssen wir ausgerechnet Richtung der gruseligen Musik laufen. Ich möchte das nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist besser, sich hier durchschlagen oder sterben? Also, ich wüsste, was ich besser finde. Ich möchte das nicht mehr, was ich besser für die Tr? Ich möchte das nicht mehr. Um, 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 um. Uh, 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 uh Es ist nach links ziehen wieder. Okay. Jetzt aber nach oben. Und weiter geht's. In den Rohren fühle ich mich immer... ...immer irgendwie sicher.